Hans, was willst du danach? Such dir aus. Doppel-20. He called it! Hartes Doppel-20. Kleiner Tipp von mir. Wow, ganz stark! Dein Wägel rein, du! Pünktlich zur Darts-WM haben wir uns überlegt, wir testen die Basketballprofis mal auf ihre Fähigkeiten an der Darts-Scheibe. Heute haben wir das Duell Ulm gegen Ludwigsburg. Beide Teams haben 101 Punkte und müssen auf 0 kommen. Das andere Team kann die Punktzahl aber immer löschen, indem sie einen Basketballwurf trifft. Kleine Challenge, zusammen gemixt aus Darts und Basketball. Andi, ihr seid zu Gast. Du darfst entscheiden, ob ihr anfangen wollt oder ob die Ludwigsburger vorlegen. Doch, vorlegen. Ihr legt vor, wer ist besser an der Darts-Scheibe? Wirklich? Du hast gerade schon Triple-20 angekündigt. Konsti fängt an, wir legen los, auf geht's! Das ist die 18, das ist die 5, 20, 18, 25, also 43. Das bedeutet, Ulm kann jetzt mit einem Dreier die Punkte wieder löschen. Ganz kleiner Exkurs nochmal in Sachen Regeln. Welchen Wurf das gegnerische Team nehmen muss, richtet sich danach, welches Feld die Mannschaft trifft. Sprich, normales Feld, normaler Dreier. Double, Dreier aus der Corner, Bullseye oder äußerer Ring, Mittellinie und Triple, Dreier mit der schwachen Hand. Okay, wer von euch möchte? Sprich. Okay, Andi. Wenn Andi jetzt trifft, sind deine Punkte weg, ansonsten verliert ihr die 43. Alter! Boah, Junge! Jawoll! Okay, minus 43 für euch. So, wer möchte bei euch zuerst Pfeile werfen? Gut. No, I'm stiffen. Two. So, it's 20. Yeah, Bigger! Das Mann! Okay, Hans ist dran für Ludwigsburg. Was brauchen wir? 58 habt ihr noch. Eins. Jawoll! Und noch 57. Triple Nines, 19. Okay, 20. Und 13. Also, 34. Ihr könnt mit einem Dreier verhindern, dass sie die Punkte bekommen. Ja. Okay. Ich glaube, Captain. Andi ist dran. 81 habt ihr noch. 81. Das wird ein Finish jetzt. Triple 20, Triple 7, würde ich sagen. Fast. 20. Eins. 41. Nicht schlecht. Und auch bei euch ist es wieder ein Dreier. Der Klasche Dirk, ja. Shut the ball. Da ist er, Jungs. Ja, Jungs. Ich mach das. Also, Konsti, ihr habt 24. Mach dir keine Sorgen. 20 und 4 oder Doppel 12 suchst du dir aus. Doppel 12 ist natürlich auch interessant. Ja. Ich geh mal für die Doppel 12. Ganz easy. Jetzt haben wir 14. Das ist die 14. Nein. Das ist gut. Ah! Das ist der 4. Das war knapp, Jungs. Hier, guck mal. Sorry, Hans. Oh, wow. Doppel 20. Hier geht's. Jooo! Er hat es. Das ist ein Doppel 20. Das hätte den Airboy wieder gut gemacht. Ja, aber wir können immer noch zocken. Doppel ist aus der Corner. Komm, Hans. Easy. Das ist, was wir machen. Aua! Auf geht's. Gut. Eins. Wunderbar. Ja, Jungs. 11 Punkte. Let's go lay-off. Konsti wird ein Dreier. Machst du aus der Elf eine Null. Heiser! Heiser! Neun. Zwanzig. Uff. Und eins. 30. Und auch ihr könnt mit einem Dreier wieder erasen. Sehr gut, Hans. Ich hab auch so Schiss, dass der Kotz kommt. Oh Gott. Oh mein Gott. Keep it real fast. Maybe next one. 20. 18. 6. 44. Dreier? Ja. Let's go. Shot. Immer die sind die Geißle. So wird das nix, Hans. 71, Konsti. Triple 20 und 11. Du sagst es, oder? 1. Super. 5. Kommt was wie ich. Auch nix. 11. Wenn der Dreier drin ist, gibt's gar nichts. Es gibt alles. Es gibt elf. Bombe! 57. Triple 19. Oh, hat der sich doch mal an. Oh. Da hat's gezitterter. 19, 19, 16. Abwarten. Jebiger. Es geht um 54 Punkte. Oh. Der tut weh. Der tut weh. Wo ist es hier? Da. Hans, Doppel 20. Der Tipp von mir. Ganz knapp. Ganz knapp. Wow. Doppel 20. Okay. Einmal auf die 20 rauf. Komm mal, Hans. Ganz knapp. Wow. Ganz stark. Da ist er. Ganz stark, Baby. Ganz stark, Baby. Ganz stark, Baby. Ganz stark. Ja. 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 Neun. Oh. Ja. Ja. Was ist das? Das ist fast 25. Halbes Bullseye. Halbes Bullseye. 34, ja? Der ist da hinweg in rein, du. Der ist gut. Oh. SNS, Alter. Wow. 0-0. Sehr gut. 20. 21. 22. Es sei denn, der Dreier fällt. Ja. 0-0. Komm, einmal. Da kann ich die ganze Zeit von der Triple reden, die sich einmal treffen. Fünf. Ah, ja. Triple fünf. Nein, Mann. 40. Knäff ten. Another. Another one. 20. 20. 45. 45. Entschuldigung, ja. Hans, jetzt aber. Ja. Nein. Komm, Hans. Döbel 20. Komm. Oh, Junge. Hört doch mal auf, ey. Wow. Fünf. 25. Wieder Dreier. Da ist er. Ja. Ja. 20. Doppel 18. Puh. Puh. Wunder hier. Konsti lässt nichts mehr zu hier. 61, ja? Ja. Nein, wisst du, was das ist. Puh. Das will ich jetzt mal sehen. Oh, ja. Triple fünf. Nein. Ja, Doppel eins. Was haben wir jetzt noch? 44. Kannst du nicht mehr schaffen, ja. Was haben wir jetzt? 44, ja. Hans, was willst du danach? Such dir aus. Ja, machen wir mal 20. Ja, okay. Oder nicht. Oder auch nicht, nee. 18 und wir brauchen einen Wurf mit der schwachen Hand. Go Seth, at least hit the rim or something. 1. 1. 1. 1. 1. 19 immerhin. Und ein Dreier. Oh, auch mal Punkte. Immer kurz, Junge. 43 musst du machen. 43. Doppel 20 und 3. Ja. Ganz locker. Noch fast. Okay. Doppel 11. Was ist das? Was ist das? Die arme Matte. Oh, der ist ja immer da stecken geblieben. Oh, dann trifft er. 20, 20. 17. Oh, it's over. Ja, 20, 20, dann 1, 1. Ja. 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 Oder 20 und Doppel 1. Naja, einfach easy. 20. Oder 1, 1, dann 20. Oh, wie sehr tough. Ja, 1, 1. Ja. Nochmal. 1. Oh, oh. 20, walk off. Nein! No! Was ist das? Doppel 5. Also 10 noch drüber. That's it. Ja. Yes, Alter. Ja. Wunderbar. Ja. Da ist die Triple 20. Da haben wir sie. Da ist sie. Da ist es gut. Ganz einfach fertig. 10, komm. 1x10 oder 2x10? Nein, 1x10. 1x10. Ganz entspannt. Mal einmal ganz entspannt, bitte. Yes! Okay, aber ihr könnt auch einen Dreier werfen. Bitte. Niemals. 1x10. Gutes Defense. Good Defense. 35. 34. Close. 3 Punkte. Können wir was schenken? Ja, so. Schmeiß an. Du kannst jetzt aussehen, ob du jetzt kriegst oder nicht. Nix geschenkt hier. Die gönnt ihr euch auch nicht. Nein! 6. Das ist nicht auch zu hoch. Da ist sie! So, jetzt brauchen wir den Dreier. Das ist mir, gerne. Nein, nein, nein. Nice try. Nice try. Nice try. So, you can do it. Niemals, da ist er. Ja! Oh Gott! 20. 3. 14. 14. Ja. Da ist er! Mach ihn jetzt. Mach ihn. Mach ihn. Von vorne? Ja, 37. Oh, kurz. That's it! That's it! Hans, können wir nicht matchen? Super, Jungs. Viel Spaß gemacht. Viel Spaß beim Training jetzt. Ja, das war's. Ulm setzt sich in einem packenden Duell mit 2 zu 1 durch. Konsti, wir warten immer noch auf die Triple 20. Kommt noch. Vielleicht beim nächsten Mal. Wir machen noch mal eine Revanche, würde ich sagen. Lasst einen Baum hoch da, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns bald wieder, hier auf dem YouTube-Channel der Easy Credit BWL. Haut rein!